Die öffentliche Gemeinschaftsgastronomie kann ihren Fußabdruck verkleinern, indem sie erstens pflanzliche Lebensmittel in den Fokus rücken. Dabei geht es nicht darum, einfach Fleisch zu ersetzen, sondern vielmehr authentische vegane Menüs anzubieten, die am Ende zum kulinarischen Highlight auf der Speisekarte werden. Zweitens, indem Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Ein Drittel aller Lebensmittel wandern in der Schweiz in den Abfall. Es können zum Beispiel kleinere Teller angeboten werden mit der Option zum Nachschöpfen. Drittens, dass saisonales Obst und Gemüse angeboten wird. Und letztendlich sollten alle Produkte aus möglichst nachhaltiger Produktion und fairem Handel stammen.